Hallo, wir sind wieder da für euch und zeigen heute, ja, mein absolutes Lieblingssofa von Roche-Mobar. Das ist ein Sofa, was nicht tausend Funktionen hat, aber optisch toll ist und einfach ein Entspannungssofa. Heimkommen, relaxen, mit der Familie oder aber auch so ein Buch lesen, Fernseh gucken, ach, einfach entspannen. Man kann das Sofa jetzt, wie ihr seht, einfach hier in der Zusammenstellung präsentieren. Ihr könnt aber auch ganz toll sitzen, Buch lesen und braucht nicht tausend Möglichkeiten, um vielleicht bequem zu sitzen, aber auch mit zwei Handgriffen oder besser gesagt einem Handgriff könnt ihr ganz bequem hier den Rücken nach vorne geben. Und so ist eine tolle Optik und man kann hier in der Gesellschaft gut sitzen, sich unterhalten und kann einfach entspannen und genießen. Ja, wenn ihr das Sofa genauso toll findet, kommt einfach vorbei, macht einen Termin. Ich zeige euch die verschiedenen Möglichkeiten, Größen, Zusammenstellung, Farben. Wir haben ein ganz großes Portfolio. Ich freue mich, bitte Termine ausmachen, dann gerne hier vorbeikommen und relaxen, vielleicht in zwölf Wochen bei euch zu Hause. Macht's gut, bis bald!